Meine Wahrnehmung ist, die Leute sagen, jawohl, ihr seid die Richtigen, ihr seid unideologisch, man kann euch brauchen. Die Wähler wollen eben diese Themen Migration und Co bearbeitet sehen. Wenn man diese Themen nur bei der AfD ablädt, braucht man sich über deren Wahlerfolge nicht zu wundern, sondern wir müssen als Freien Wähler auch diese Fehlentwicklungen benennen. Wir Freien Wähler haben viele Kommunalpolitiker, gute Leute vor Ort, haben Oberbürgermeister als Kandidaten, Leute, die wissen, wie vor Ort die Situation ist, Wasserversorgung, Abwassersituation, Krankenhausschließungen, Migrationsprobleme.